Willkommen zu Erschrecken 101. Wie werde ich später einmal ein Schreck? Jetzt bin ich offiziell Student. Mike Lotzkowski. Sullivan. Wie Will Sullivan? Er ist mein Dad. Ich erwarte Großes von Ihnen, Jimmy. Hast du gerade meine Hand abgeknutscht? Im Übrigen, du Haarst wie ein Köter. Ich haare nicht. Nein. Das Stahlmonster ist soeben eingetroffen. Du bist mein Halt. Diese Party ist nur für Schreckologie-Studenten. Ich bin Schreckologie-Student. Wart's ab, Kuscheltiger. Ich werde dich so schrecklich abhängen. Seht her. Meine Brüder von Omega Kreischmann. Und ich dachte, dann kann ich allen beweisen, dass Mike Lotzkowski etwas Besonderes ist. Du musst ganz tief in dich einfühlen und dann den Schrecken rauslassen. Oh, wie schrecklich. Versuch's mal. An die Arbeit. Schreck der Füße. Schreck der Füße. Schreck der Füße. Kind geht ins Fall. Absoluter Ruhe. Was ist so schrecklich an einer tattrigen Bibliothek? Was macht ihr da? Ich gehe nicht wieder in den Knast. Viel Spaß, Kinder. Ich warte hier einfach und höre meine Musik. Die Monster-Uni. Auf Blu-Ray 3D, Blu-Ray und DVD. Die Monster-Uni. Ich gehe nicht weiter. Ich gehe nicht auf Blu-Ray und DVD. Ich gehe nicht schneller. Ich gehe nicht wieder in den Knast. Die Monster-Uni. Nie. Ich gehe nicht weiter. Vielen Dank.